Webnet Snacks – Dein Online-Marketing-Podcast für zwischendurch. Bei uns bekommst Du Tipps, Tricks und Insights rund um die Online-Marketing-Welt in Snack-Länge. Mit dem weltbesten Host Inga Frommhagen und Nico Lobis. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Webnet Snacks. Heute geht es um LinkedIn. Handelt es sich bei dieser App noch vor einigen Jahren lediglich um eine digitale Visitenkarte, ist die App heute Platz 1 der sozialen B2B-Netzwerke. Aber mit mehr Relevanz kam auch mehr Konkurrenz und vor allem sinkende Reichweiten für Unternehmensprofile. Wie sich das Nutzerverhalten auf LinkedIn verändert hat, was Unternehmen gegen sinkende Reichweiten tun können und ob meine nächste Influencer-Kooperation auf LinkedIn und nicht auf Instagram oder TikTok standfinden sollte, werde ich heute zusammen mit B2B- und LinkedIn-Experte 2 klären. Hallo und herzlich willkommen, mein lieber Thu. Hallo. Ich muss mich ja noch bei dir entschuldigen, denn bei der letzten Folge mit Marcel, in der es um Social Media Communities ging, habe ich fälschlicherweise gesagt, dass er mein erster Mann in diesem Podcast ist. Aber ich habe dich unterschlagen. Ja, ist schon okay. Dafür als Entschiedigung würde ich sagen, verlinken wir die sensationelle Folge, in der es um Reddit geht, noch mal in den Shownotes. Das heißt, alle können die Folge gerne noch mal anhören, denn da gab es sehr wertvolles Wissen, was Thu zum Besten gegeben hat. Also heute Podcast-Experte zum zweiten Mal in diesem Podcast. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich werde mal wieder mit einer These starten. Da darfst du dann einmal deinen Senf zu geben. Sie ist ein bisschen provokant, also Obacht. LinkedIn nervt. Ich bekomme nicht nur ständig irrelevante Kontaktanfragen, sondern werde auch mit Alltagsbanalitäten und Gandhi-Zitaten vollgespammt. Letztendlich geht es nur um Selbstdarstellung. And go. Ja, also man kann zu LinkedIn schon sagen, dass viele LinkedIn verwenden, um eben sich selbst zu präsentieren und auch ihr Netzwerk zu erweitern. Aber letztendlich, wenn man selbst so viele Anfragen bekommt und auch viele Gandhi-Zitate oder Alltagsbanalitäten, da sollte man sich dann wirklich fragen, okay, bin ich denn in meinem richtigen Netzwerk? Bin ich mit den richtigen Leuten vernetzt und erhalte ich auch die Informationen, die ich eigentlich haben möchte? Weil letztendlich hast du ja, bis auf jetzt die Anfragen, ja selbst Kontrolle über deinen Feed, was du sehen möchtest und was du eben halt nicht sehen möchtest. Also da sollte man sich wirklich fragen, okay, filtere ich eigentlich richtig? Nehme ich die Leute an, die für mein berufliches Netzwerk relevant sind und interagiere ich auch in den richtigen Kreisen? Weil wenn du selbst dann einmal raufschaust und dann wirklich für dich herausfindest, okay, wo möchte ich eigentlich beruflich interagieren auf LinkedIn und dann auch wirklich mal schaust, sind die Leute richtig in meinem Netzwerk und die dann vielleicht aussortierst. Es geht eigentlich gar nicht darum, wie auf Facebook oder Instagram, dass du da jeden annimmst, den du halt privat kennst oder halt möglicherweise privat kennen könntest oder irgendeinen Freund von einer Freundin. Es geht ja wirklich um deine berufliche Karriere und dann ist es auch nicht schlimm, wenn du Leute nicht in deinem Netzwerk hast, mit denen du privat vielleicht mehr zu tun hast, weil es geht ja wirklich um deinen Beruf. Okay, also radikal aussortieren wäre dein Tipp. Ja, nicht radikal aussortieren, sondern man sollte wirklich für sich schauen, okay, was möchte man mit LinkedIn erreichen? In welcher Branche möchte man aktiv sein? Und wenn man sich dafür entschieden hat, welche Branche, welche Inhalte man sehen möchte, sollte man dann eben schauen, dass man auch die richtigen Leute dann in sein Netzwerk einholt, sage ich mal. Ja, wie hat sich LinkedIn, ich habe ja vorhin das mit der digitalen Visitenkarte schon angesprochen, wie hat sich LinkedIn seit Gründung entwickelt? Und wie viel hat es denn eigentlich noch mit dieser ursprünglichen digitalen Visitenkarte zu tun, die ich eigentlich auch nicht wirklich pflegen musste? Also LinkedIn gibt es tatsächlich, glaube ich, schon länger, als es Netzwerke wie Twitter gibt. Denkt man eigentlich gar nicht. Aber LinkedIn hatte seinen Boom während Corona, als alle Unternehmen dann eher online aktiv sein mussten. Ich glaube, damals hatte LinkedIn im Dachraum um die 13, 14 Millionen aktive Nutzer. Mittlerweile sind wir da schon bei 22 Millionen, schätze ich mal. Das sind, glaube ich, die aktuellsten Zahlen. Man sagt auch, dass weltweit alle drei Sekunden ein neuer LinkedIn-Nutzer dazukommt. Genau. Und ja, mittlerweile hat sich LinkedIn schon zu einer Social Media-Plattform hinentwickelt. Also die digitale Visitenkarte, früher hat man das ja eher nur fürs Recruiting verwendet. Mittlerweile wird LinkedIn ja immer noch mit Zing verglichen, relativ häufig, weil Zing so die nächste bekannte B2B-Plattform hier im Dachraum ist. Aber tatsächlich ist Zing den anderen Weg gegangen. Während LinkedIn von einer eher Recruiting-Plattform zu einem Social Media-Netzwerk gewechselt ist, ist Zing jetzt mittlerweile mehr eine Recruiting-Plattform. Und der Vorteil von LinkedIn ist einfach, dass man mehr Möglichkeiten hat, auch Dinge zu präsentieren. Man hat verschiedene Creative-Formate. Man kann ja Dokumente posten, man kann Fotos posten, Videos, Umfragen sogar tatsächlich. Und dieser soziale Flair, sage ich mal, ist auf LinkedIn immer noch gegeben, weil LinkedIn selbst ja auch wirklich möchte, dass Leute miteinander sich austauschen, sich vernetzen und auch gegenseitig ihre Fachexpertise präsentieren. Okay. Und auch die User benutzen ja LinkedIn nicht mehr so, wie sie es damals getan haben, zu Zeiten der digitalen Visitenkarte. Wie hat sich denn das Nutzerverhalten konkret auch in der letzten Zeit verändert? Generell ist LinkedIn eigentlich vom Verhalten her ähnlich wie andere Social Media-Kanäle. Also die Aufmerksamkeitsspanne ist tatsächlich auch, wenn wir im beruflichen Netzwerk sind, noch relativ gering. Die Nutzer sind relativ häufig eher mobil unterwegs und auch die Verweildauers eher geringer, als man es eigentlich erwarten würde. Die Hauptzeit, auf der die LinkedIn-Nutzer aktiv sind, ist eher auch im beruflichen Kontext gesehen. Während der Arbeitszeit tatsächlich. Genau, während der Arbeitszeit. Hauptüberwiegend eben vor der Arbeit oder vielleicht in der Mittagspause oder ja, wenn man eben mal fünf Minuten zwischendrin hat, privat verwenden die Leute dann eher wirklich die B2C-Plattformen wie TikTok, Instagram oder auch vielleicht YouTube oder Facebook. Und die Nutzer, die lesen sich eher die Beiträge auf dem Weg zur Arbeit, im Bus oder eben wie gesagt in der Mittagspause, mal neben den Kollegen, während man neben den Kollegen sitzt und vielleicht gerade mal sein Mittagessen isst durch. Deswegen ist es wichtig für uns als Unternehmen oder auch als Privatperson eben, dass wir unsere Beiträge auch so gestalten, dass wir die auf den Punkt bringen, weil die Nutzer, die scrollen da eben durch, sehen im Schnitt vielleicht drei bis fünf Beiträge pro Sitzung. Auf dem Smartphone, auf dem Desktop nochmal ein bisschen mehr. Aber eben drei bis fünf Beiträge pro Sitzung, das ist jetzt auch nicht wirklich viel. Nee, Wahnsinn. Also im Vergleich zu den anderen Netzwerken ist das ja, also im B2C-Bereich ist das ja Wahnsinn. Genau. Und weil eben die Verweildauer so niedrig ist, weil wir eben viele mobile Nutzer haben und die Aufmerksamkeitsspanne auch relativ gering ist, ist es halt umso wichtiger, dass wir als Unternehmen unsere Beiträge eben auch so gestalten, dass wir diese geringe Aufmerksamkeitsspanne, diese geringe Spanne, in der unsere Beiträge eigentlich gesehen werden, auch wirklich, ja, dass wir den Nutzer catchen und denen auch wirklich einen interessanten Beitrag mit auch wirklich Mehrwert liefern. Okay, also diese ellenlangen Captions, die ich ja eigentlich immer auf LinkedIn sehe, redest du da noch zu, sag ich jetzt mal? Es kommt darauf an. Also tatsächlich, früher haben die noch ganz gut funktioniert. Aktuelle Ergebnisse haben eben gezeigt, dass man auch weniger schreiben kann. Es geht, glaube ich, wirklich eher darum, dass man nicht viel um den heißen Brei herumspricht oder herumschreibt, sondern wirklich auf den Punkt bringt, Mehrwert liefert und auch wirklich, damit der Nutzer nicht ewig viele Sachen lesen muss, die dann gar nicht wirklich relevant sind für den Beitrag an sich. Also ich glaube, es kommt dann wirklich darauf an, wie man den Beitrag aufbereitet. Es kann gut funktionieren, dass man da längere Beiträge schreibt, aber in der Regel, wie gesagt, ja, geringere, also weniger Text, vielleicht ein interessantes Creative und wirklich auf den Punkt gebracht. Okay. Ja, LinkedIn macht es ja Unternehmen nicht besonders leicht, sichtbar zu sein. Warum schränkt LinkedIn die Reichweite von Unternehmensprofilen so sehr ein? Und was kann ich denn als Unternehmen überhaupt dagegen tun, um halt eh gegen diese sinkenden Reichweiten anzugehen? Auf LinkedIn gibt es ja, oder generell auf Social Media Kanälen, gibt es ja den Unterschied zwischen organischen Beiträgen und den Paid-Beiträgen. Organisch sind die Beiträge, die wir eben auf dem Kanal posten, ohne ein Budget zu hinterlegen, also keine Anzeigen, keine Postbewerbungen. Während die Paid-Beiträge ja dann eben die Beiträge sind, die eben mit, wie der Name auch sagt, mit Geld hinterlegt werden. Und wie jedes andere Social Media Netzwerk hat LinkedIn auch das Eigeninteresse, dass sich Unternehmen eben die Reichweite einkaufen, indem sie beispielsweise Beiträge posten und das dann mit einem bestimmten Budget bewerben. Aber LinkedIn selbst hat auch bemerkt, dass Menschen eher Menschen vertrauen und gar nicht wirklich mit einer Marke oder einem Unternehmen kommunizieren möchten. Die Menschen interagieren viel lieber auf Mitmenschen als mit Unternehmen und diese Interaktion ist auf LinkedIn enorm wichtig, weil wir erhalten Reichweite nicht, indem unsere Beiträge gesehen werden, sondern tatsächlich über die Interaktion. Weil angenommen ich sehe jetzt einen Beitrag und ich reagiere auf den Beitrag, egal ob als Kommentar oder mit einem Like, mit einem Daumen hoch oder eben indem ich den Beitrag teile, dieser Beitrag wird dann an eine bestimmte Zielgruppe in meiner Kontaktliste quasi weitergetragen. Und wenn dort dann jemand diesen Beitrag sieht und dann wieder auf den Beitrag reagiert, also eine Interaktion stattfindet, dann wird dieser Beitrag dann nochmal im Netzwerk der jeweiligen Personen, die auf den Beitrag eben reagiert hat, weitergetragen. Und so haben wir eigentlich rein theoretisch die Möglichkeit, unendlich viel Reichweite mit unseren Beiträgen zu generieren. Und diese Interaktion ist auf LinkedIn enorm wichtig, weil die eben für unsere Reichweite sorgt. Und LinkedIn selbst merkt halt eben neben dem Eigeninteresse, dass sich die Unternehmen eben Reichweite einkaufen sollen, hat LinkedIn eben bemerkt, dass Menschen auch viel lieber mit anderen Menschen interagieren und fördert deswegen auch eher die Businessprofile, also die privaten Personenprofile, als die Unternehmensprofile. Okay, das ist sehr spannend auf jeden Fall, dass LinkedIn eher auf die Personenprofile aus ist und denen halt eben auch eine viel größere Bühne gibt. Allerdings stelle ich mir die Frage, warum das denn jetzt so ist, wenn es sich doch aber eigentlich um eine Businessplattform handelt. Das eine schließt das andere ja nicht wirklich aus. Du kannst als Personenprofil oder den dann eben auf LinkedIn auch ganz oft Corporate Influencer genannt, kannst du ja dennoch einen Business-Kontext eben haben. Nochmal als Corporate Influencer, das sind ja dann Mitarbeiter, die für ein Unternehmen arbeiten und auf LinkedIn nicht nur ihre persönliche Marke aufbauen, sondern eben auch Botschafter eines Unternehmens sind. Die tragen dann eben Einblick ins Unternehmen weiter, sie teilen Erfahrungen und auch vielleicht Erfolge in Projekten, aber teilen auch ihre Fachexpertise, die sie über das Unternehmen vielleicht generiert haben. Und ja, die Personenprofile, die ermöglichen einfach einen direkten Einblick in die Persönlichkeit einer Person und dadurch, dass es eben eine persönliche Geschichte ist und auch persönliche Erfahrungen und Einblicke sind, die der Nutzer dann eben sieht, ist die Verbindung, die der Nutzer zu der Person aufbaut, einfach viel, viel höher, als wenn es eben ein Unternehmen veröffentlicht. Generell haben ja Unternehmen eher immer so einen werblichen Charakter. Das ist ja auch auf anderen Social Media-Kanälen ganz oft der Fall. Auf LinkedIn dann eben tatsächlich auch. Und die Nutzer, die wissen das einfach. Und wenn dann eben die Personenprofile eine persönliche Verbindung zu den Nutzern aufgebaut haben und da eben auch so eine kleine Community entsteht, wie es eben bei anderen sozialen Netzwerken der Fall ist, dann überträgt sich die Glaubwürdigkeit auch auf die Inhalte, die die Nutzer teilen. Und dann ist es eigentlich egal, ob jetzt ein Nutzer über das Unternehmen schreibt oder über irgendwelche anderen Themen. Die Glaubwürdigkeit ist einfach gegeben und der Nutzer glaubt der Person eben schon eher als einem Unternehmen. Auch wenn es rein theoretisch die gleichen Inhalte sind. Also auch um das Wort hier in diesen Podcast nochmal reinzubringen, Authentizität ist also auf LinkedIn wichtig. Genau. Und ein anderer Faktor, warum dann eben die Personenprofile so wichtig sind, ist halt eben auch, wie ich schon meinte, die Nutzer interagieren eher mit Menschen. Und wenn dann eben eine Person auf LinkedIn postet, dann sind die Nutzer eher gewillt, auch darunter zu schreiben, zu kommentieren. Und einfach die Interaktionsraten sind für Personenprofile oder sind bei Personenprofilen einfach viel, viel höher als bei Company Pages. Und ich meinte ja schon, die Interaktion ist enorm wichtig, um eben Reichweite zu generieren auf LinkedIn. Sehr schön. Dann habe ich aber noch eine Frage, weil alles, was du eben gerade zu den Corporate Influencern gesagt hast, kann man ja ein bisschen auch, sage ich mal, auf die klassischen Influencer übertragen. Und bei der letzten Baby-Gut-Business-Konferenz hat Ann-Kathrin Schmitz auch ein bisschen gespoilert oder als Trend vorhergesagt, dass die normalen Influencern, wie zum Beispiel eine Kamuschka, die auf Instagram extrem groß ist und im Lifestyle-Bereich halt unterwegs ist, dass die jetzt sich den Weg bahnt, auf LinkedIn eben auch groß zu werden. Haben normale Influencer, in Anführungsstrichen, eigentlich was bei LinkedIn zu suchen? Das hängt tatsächlich von einigen Faktoren ab. Wichtig ist halt eben zu wissen, dass LinkedIn eben noch ein berufliches Netzwerk ist. Und nur weil Inhalte auf Instagram oder TikTok bei einigen Influencern funktioniert, bedeutet das nicht, dass die gleichen Inhalte auch auf LinkedIn funktionieren. Aber man sollte eben dann schauen, bevor man dann eben eher als Influencer aktiv sein möchte auf LinkedIn, dass man dann wirklich schaut, hat man eigentlich relevante berufliche Inhalte? Hat man die passenden Themen, um eine Präsenz auf LinkedIn aufzubauen? Und dann hängt es tatsächlich auch immer von der Zielgruppe ab. Also jede Zielgruppe verhält sich ja anders. Und nur weil es vielleicht bei einem Influencer oder einer Influencerin gut funktioniert, heißt das ja nicht direkt, dass es auch bei einem anderen Influencer oder einem anderen Influencerin gut funktioniert. Einige gute Beispiele, die man nennen kann von Influencern, die eben jetzt auch auf LinkedIn aktiv sind und auch relativ erfolgreich aktiv sind, sind dann beispielsweise Sophia Thiel. Die ist auch auf LinkedIn aktiv. Und da werden dann keine, wie man es vielleicht von ihr gewohnt ist, so Einblicke in ihr Leben, also ihr privates Leben gepostet oder auch vielleicht so ein paar Sportthemen. Oder aus Let's Dance. Oder aus Let's Dance, ja. Es werden wirklich dann eher so Themen gepostet, die mit ihrem Unternehmen selbst zu tun haben. Also auch wirklich dieser berufliche Kontext wird wirklich noch gewahrt. Oder auch andere Beispiele, Thomas Müller, Philipp Lahm und Julian Draxler, die posten dann nicht irgendwie, wenn die mal eben bei ihrem Fußballspiel da gewonnen haben, sondern die haben teilweise ja noch ein Unternehmen, die gerade vielleicht aufbauen. Darüber wird dann halt eben gepostet. Also wenn wir wirklich mit Influencern arbeiten wollen auf LinkedIn oder wenn wir überlegen, selbst als Influencer auf LinkedIn aktiv zu sein, sollten wir halt wirklich schauen, dass unsere Inhalte dann auch wirklich im Einklang mit einer Marke oder unserer persönlichen Marke stehen und dass wir wirklich weiterhin authentische und wertvolle Inhalte für das Netzwerk eben posten und veröffentlichen. Also da muss man wirklich schauen, okay, wie interagiert die Zielgruppe eigentlich? Was möchte die Zielgruppe? Und wie ist das Netzwerk eigentlich selber aufgebaut? Weil LinkedIn hat halt eben diesen beruflichen Flair und darauf sollte man dann auch wirklich achten, wenn man eben als Influencer darauf aktiv sein möchte. Und ja, generell kann dann eine Carmen Kroll oder eine Sophia Thiel kann auf LinkedIn aktiv sein, solange sie dann eben, ja, solange der Person oder dem Influencer oder der Influencerin eben bewusst ist, dass LinkedIn oder Influencer-Marketing auf LinkedIn anders funktioniert als auf TikTok oder auch auf Instagram. Okay. Ja, sehr schön. Vielen Dank für die Infos zu den Influencern. Ich glaube, dass da vielen Unternehmen auch nochmal bewusst wird, wann sie sich wirklich tatsächlich für eine Kooperation auf LinkedIn entscheiden sollten und wann dann vielleicht doch besser Instagram oder TikTok the way to go sind. Jetzt geht es aber nochmal ganz extrem um deine Expertise beziehungsweise um deinen Erfahrungsschatz eben auch. Denn ich möchte jetzt von dir die ultimativen Experten-Tipps neben Interaktion, das du uns ja schon genannt hast, wie ich als Unternehmen meine Reichweite steigern kann. Also womit kann ich am besten morgen anfangen, um meine Reichweite auf LinkedIn als Unternehmen zu steigern? Ich glaube, das hängt tatsächlich stark von einigen Faktoren ab. Also es gibt keine Tipps, die für jedes Unternehmen funktionieren. Jede Zielgruppe verhält sich, wie gesagt, anders und jede Branche verhält sich auch anders. Themen, die vielleicht für einen Landwirt interessant sein könnten, sind dann eben vielleicht für einen Marketingmanager eben nicht so interessant. Und auch die Berufsgruppen, die verschiedenen Berufsgruppen verhalten sich ja ganz anders, während der Landwirt vielleicht eher morgens dann Zeit hat, wenn er eben auch auf LinkedIn aktiv sein könnte, hat der Marketingmanager für den Tag verteilt mehr Zeit. Generell hilft es enorm, wenn man sich am Anfang einfach seiner Zielgruppe bewusst ist. Wenn man mal eine kleine Analyse durchführt, okay, andere Unternehmen aus der Branche, wie interagieren die auf LinkedIn, wie aktiv sind die auf LinkedIn? Nicht, weil man dann eins zu eins das Gleiche übernehmen möchte, sondern einfach, damit man schon mal grob schauen kann, okay, das könnte in der Branche funktionieren, das könnte für meine Zielgruppe funktionieren. Und der Algorithmus, der gibt einem immer ein paar Tipps und Tricks, wann man posten sollte, wie viele Zeichen man posten sollte, wie viele Verlinkungen man haben sollte, wie viele Hashtags zum Beispiel. Und das sind natürlich alles Anhaltspunkte, mit denen man eben arbeiten kann, aber die garantieren einem noch nicht, dass das dann am Ende auch wirklich funktioniert. Kann ich das irgendwo einsehen, oder brauche ich dich dafür? Es gibt aktuelle Studien, die das analysiert haben, die sind aber teilweise wirklich ewig lang. Es sind dann 140, 150 Seiten, in denen der LinkedIn-Algorithmus einfach nur analysiert wurde, anhand von tausenden von Beiträgen. Also ja, rein theoretisch könnte man sich das alleine anschauen, das ist halt aber eben viel Arbeit. Die man sich mit dir dann aber auch sparen könnte. Ja, genau. Ja, also was man eben als Unternehmen probieren könnte, vor allem jetzt mal auf den Dachraum bezogen, dass man eben schaut, okay, man postet eben zu diesen, wir hatten ja schon darüber gesprochen, die Leute schauen sich eher LinkedIn vor der Arbeit an, zur Mittagszeit, nach der Arbeit dann eben weniger. Dass man dann vielleicht schaut, okay, wann sind denn so meine Kernarbeitszeiten in meiner Branche? Oder sind die vielleicht von 8 bis 16 Uhr? Sind die vielleicht aber eher von 6 bis 14 Uhr? Dass man dann eben schaut, dass man dann irgendwie versucht, die Texte in diesem Zeitraum einzuplanen, um dann eben möglichst viele Nutzer anzusprechen. Man kann auch schauen, dass man vielleicht Post-Formate wählt, die in der Regel für mehr Interaktion sorgen. Wir haben ja die Wahl zwischen einem Bild, einer Galerie, einem Dokument, also einer PDF-Slide oder auch einem Video. Und in der Regel sorgen Galerien oder auch PDF-Slides, also Dokumente dann eben für sehr viel Reichweite, weil da auch jeder Klick, also jeder Klick auf einem Bild, wird auch als eine Interaktion gewertet. Und wie wir wissen, je mehr Interaktion wir erhalten, desto mehr Reichweite generieren wir auch. Ein kleiner Tipp auch noch zu den Link-Posts, das ist ja auch ein Format. Und Link-Posts werden auf LinkedIn eher weniger gern gesehen. Also LinkedIn selbst sagt zwar, dass es am Nutzer selbst liegt. Der Nutzer geht natürlich auf LinkedIn, weil er eben Inhalte von LinkedIn konsumieren möchte und gar nicht wirklich weg von der Plattform geführt werden möchte und dann eben nicht so bereit dazu ist, auf Links zu klicken. Und ja, Link-Posts hat sich einfach gezeigt, im Laufe der Zeit, die funktionieren einfach immer schlechter, egal jetzt ob von einem Personenprofil oder Unternehmensprofil. Das heißt, nach Möglichkeit sollte man wirklich die Inhalte eher im Beitrag selbst aufbereiten und wenn nicht unbedingt nötig, dann eben auf den Link-Post verzichten. Ja, das merkt man ja aber auch generell, dass die Netzwerke auch jetzt im B2C-Bereich immer mehr merken, okay, wir sind eigentlich blöd, wenn wir die Leute von unserer App wegschicken auf eine andere Landingpage. Und das ist natürlich ganz spannend zu hören, dass es bei LinkedIn eben auch so ist, dass man eher innerhalb der App sich bewegen sollte. Genau. Es gibt halt noch viele andere Möglichkeiten. Also auch bei den Verlinkungen muss man darauf achten, wem man verlinkt, weil wenn die Person da nicht darauf reagiert, das sind tatsächlich auch nicht so viele, wenn die Person, die man verlinkt hat, eben nicht darauf reagiert, kann das eben die Reichweite auch einschränken. Auch bei den Hashtags. Also Hashtags generell kann man noch verwenden, wären aber auch immer weniger relevant. Da sollte man zum Beispiel auch nicht zu viele Hashtags verwenden, weil die die Reichweite eben auch einschränken. Wie ich bereits gesagt habe, der LinkedIn-Algorithmus ist tatsächlich sehr komplex und der entwickelt sich auch immer weiter und weiter. Dass man da wirklich schaut, okay, wie interagiert meine Zielgruppe eigentlich? Wen möchte ich erreichen? Und mit welchen Inhalten? Und dass man dann die Punkte, die der Algorithmus-Report oder der Algorithmus an sich vielleicht mit sich bringt, dass man die dann auf seine Zielgruppe eben adaptiert. Okay. Und wir haben ja jetzt schon von dir gut erklärt bekommen, dass sich ja wirklich LinkedIn von einer ganz einfachen, simplen, digitalen Visitenkarte hin zu einem wirklich komplexen Netzwerk entwickelt hat. Ja. Das hat aber etwas ja gedauert. Ist denn LinkedIn genauso schnelllebig wie Instagram, wo man gefühlt jede Woche eine Neuerung entdecken kann? Tatsächlich ist LinkedIn schnelllebig, aber ich würde nicht behaupten, so schnelllebig wie Instagram. Also die meisten Funktionen, die LinkedIn jetzt veröffentlicht, werden tatsächlich auch wirklich lange getestet und auch auf Herz und Niere getestet. Also LinkedIn veröffentlicht nicht einfach so irgendwelche neuen Funktionen, um eben zu schauen, okay, funktioniert das eigentlich, sondern die testen das schon ausführlich. Es gab nämlich auch mal ein Beispiel, eine ganz lange Testphase, ob man Galerien einführen sollte, die eben die Möglichkeit bieten, nicht nur Fotos, sondern eben auch Videos zu kombinieren. Aktuell hat man ja nur die Möglichkeit, entweder ein Video zu posten oder eben nur eine Galerie. Also beides zusammen in einem Beitrag war ja gar nicht möglich. Und es schien auch tatsächlich so, dass LinkedIn das lange einführen möchte oder dass es irgendwann eingeführt wurde oder wird. Viele Nutzer konnten das schon austesten. Es wurde an einer kleinen Gruppe ausgetestet. LinkedIn hat sich tatsächlich dann nach einem oder eineinhalb Jahren Testphase wirklich dagegen entschieden. Wow. Aus mir nicht bekannten Gründen. Und das heißt, klar, LinkedIn versucht sich schon weiterzuentwickeln. Ich habe auch gerade gehört, es sollen auch Spiele eingeführt werden, damit man eben in seiner Freizeit, wenn man eben einen Moment hat, eben nochmal ein paar Spiele auf LinkedIn spielen kann. Wie passt das zum Business-Netzwerk? Ja, also ich glaube, es geht LinkedIn wirklich dann hier rum. Hauptsächlich, dass man den Nutzer irgendwie noch auf der Plattform hält oder eben auch nochmal so eine Abwechslung eben zwischen, vielleicht auch um den Nutzer privat, also nach der Arbeit nochmal eben auf die LinkedIn-Plattform zu lenken, damit man einfach, ja, auch nach der Arbeit nochmal auf LinkedIn abschalten kann und nebenbei ein paar berufliche Inhalte konsumieren kann. Okay, da bin ich ein bisschen skeptisch, ob sich das durchsetzt. Ja, es ist ja gerade eben, wie gesagt, in der Testphase. Aber ja, LinkedIn versucht sich schon weiterzuentwickeln und schaut auch eben auf, auch tatsächlich auf andere Netzwerke. Was ich noch gehört habe, ist, dass LinkedIn ja jetzt auch Kurzvideos einführen möchte, die man ja eben von Instagram-Judels oder auch TikToks kennt. Und es sind alles Potenziale, die LinkedIn schon sieht und mit denen, die ich auch wirklich für sinnvoll erachte, weil die Altersstruktur, die ändert sich ja auch auf LinkedIn. Die aktuelle Gen Alpha oder Gen Z oder auch die, ich weiß gar nicht, wie man die jüngste Generation nennt, aber die werden ja dann irgendwann auch auf LinkedIn sein und die werden sich einfach anders verhalten, als wir es jetzt vielleicht in unserem Alter tun oder auch vielleicht die ältere Generation, die Gen, die Millenials, ja, die Boomer, Millenials, wie die sich verhalten. Und da muss man sich einfach anpassen, wenn man auch zukünftig dann wirklich, ja, mit... Mitmischen möchte. Mitmischen möchte, ja. Danke dir. Sehr gerne. Genau, also ja, schnelllebig würde ich schon behaupten. Klar gibt es auch auf LinkedIn Trends. Ich würde aber nicht behaupten, dass LinkedIn so schnelllebig ist wie vielleicht Instagram oder TikTok. Ja, sehr schön. Dann sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen, Tu, aber so einfach lasse ich dich nicht gehen, denn wer schon mal eine Folge von den Social Media Podcast Folgen gehört hat, der oder die weiß, dass am Ende immer noch die drei Snacks kommen. Und zwar möchte ich von dir die drei wichtigsten Infos zum Thema LinkedIn Algorithmus in Snacklänge. Ja, mein erstes Snack ist tatsächlich, bevor du auf LinkedIn aktiv bist oder wenn du auch schon auf LinkedIn aktiv bist, schau regelmäßig in deine Zielgruppe. Die Zielgruppe verändert sich und auch wenn der LinkedIn Algorithmus dir Tipps und Tricks geben kann, wie du deine Beiträge gestalten kannst, heißt es nicht unbedingt, dass die Tipps auch wirklich für deine Zielgruppe anwendbar sind. Der zweite Snack, den ich mitgebracht habe, ist nach Möglichkeit, wenn du als Unternehmen aktiv bist, versuche, so viele Mitarbeiter wie möglich einzubinden. Muss auch nicht als Corporal Influencer sein, die müssen nicht privat posten, aber die Interaktion trägt sehr viel bei und zur Reichweite bei und auch generell einfach die Mitarbeiter zu zeigen auf dem Unternehmensprofil kann schon dafür sorgen, dass du enorm viel Reichweite generieren kannst. Und mein dritter Snack ist tatsächlich, führe regelmäßige Reportings durch. Also schau nicht nur deine Zielgruppe an, sondern auch deine Beiträge an sich. Wenn du eben deine Zielgruppe angeschaut hast und weißt, wie die auf deine Beiträge reagieren, kannst du immer noch auf monatlicher Basis oder auch auf Quartalsbasis reporten und schauen, welche Beiträge haben gut funktioniert und welche eben nicht. Und woran kann es gelegen haben, dass deine Beiträge nicht gut funktioniert haben? Hat es vielleicht daran gelegen, dass keine Personen auf dem Bild abgebildet waren? War es vielleicht das falsche Format für das Thema? Und mit all den Learnings, die du dann daraus gezogen hast, kannst du ja dann deine zukünftigen Beiträge optimieren und auch so dann eben zukünftig die meiste Reichweite aus deinen Beiträgen rauszuholen. Danke, Tu. Ich würde sagen, wir haben den LinkedIn-Algorithmus geknackt. Wenn ihr euch noch ein bisschen tiefer mit dem Thema beschäftigen möchtet, gibt es zum LinkedIn-Algorithmus auch einen ganz tollen Blogbeitrag, den Tu verfasst hat. Den werden wir auch in den Shownotes nochmal verlinken. und ja, herzlichen Dank, dass du schon das zweite Mal hier Gast im Podcast warst. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und unseren Zuhörern natürlich auch und freuen uns, wenn ihr in 14 Tagen bei einer neuen Folge WhatNets Next wieder dabei seid. Tschüss. Du fragst dich, wer Webnetz überhaupt ist? Gar kein Problem, hier kommt die Auflösung. Wir sind eine der führenden Digitalagenturen in Deutschland mit Sitz im wunderschönen Lüneburg. Wir, das sind mittlerweile über 170 Webnetzer. Gegründet 2009, sind wir nach wie vor Inhaber geführt. Wir betreuen unsere Kunden national und international in den Bereichen Online-Marketing mit all seinen Kanälen, Webentwicklung und im Consulting. Wir sind Partner von Google, Meta, TikTok, Avon, Shopware und, und, und. Für unsere tägliche Arbeit sind wir zertifiziert vom Bundesverband der digitalen Wirtschaft und gehören damit zu den Top-Adressen in Deutschland. Du willst mehr über uns wissen? Besuch uns auf webnetz.de